Ich habe nachgedacht, wenn ich meinen Bass um eine Oktave tiefer einstellen würde, vielleicht würde ich dann etwas weicher klingen. Was meinen Sie? Die Stimme ist weiblich, ungefähr das Alter 18 Jahre, begrenzte Schulbildung, sie spricht mit stark französischem Akzent. Die Stimmlage weist auf Offenheit hin, aber auch darauf, dass sie unter extremer Belastung steht. Das war's dann wohl für heute.